Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu Diablo 4 und wir haben uns jetzt schon viele, viele Infos angeschaut zur Erweiterung, die kommen wird. Wir wissen jetzt schon genau, was uns erwartet, welche Klassen gut sind, wissen wir. Wir sind eigentlich perfekt vorbereitet, jetzt gilt es nur noch von Level 1 bis 60 zu kommen, denn entweder startet ihr auf den Season-Reim neu oder aber ihr habt die Erweiterung und um die Erweiterung kümmern wir uns heute hier und zwar Level 1 bis 60 mit Vessel of Hatred. Wie solltet ihr am allerbesten vorgehen? Das Gute ist, es gibt nicht allzu viele Änderungen oder doch, es gibt sogar eine riesige, gewaltige Änderung, wie ihr am besten levelt von 1 bis 60. Also da gibt es wirklich eine ganz, ganz wichtige Änderung und wie ihr dort am besten vorgeht, das gibt es gleich direkt nach einer kurzen Werbepause. Und für günstiges, schnelles, zuverlässiges Gold, Items oder auch Boosts für Diablo 4, checke einfach MMOXP, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Verwende dort einfach den Code Gudi und erhalte so nochmal zusätzlich 5% Rabatt auf alle Bestellungen. So, damit sind wir auch schon zurück, ihr erstellt euch euren Charakter. Schritt 1 ist das Beste, um auf Level 60 zu kommen. Dann natürlich wie immer sofort, denkt dran, euer Pet auszurüsten. Denkt dran, euer Pet auszurüsten, damit das für euch schön einsammelt. So, nachdem wir das Pet haben und unseren Charakter haben, werden wir erst einmal die Season-Quests starten. Wenn ihr natürlich auf dem Season-Reim startet, wenn ihr halt einen normalen Charakter macht, dann nicht. Ansonsten solltet ihr jetzt erst einmal die Season-Quests starten und erst einmal die ersten Steps der Season-Quests machen, wo ihr auf den Reichwandler oder Realmwalker eingestimmt werdet, wie das Ganze funktioniert, wie die neuen Mechaniken in der 6. Season sind. Das ist erstmal für alle gleich, ob Erweiterung vorhanden, ja oder nein. Wenn ihr dann natürlich die Erweiterung habt, ist das euer nächster Step. Und das ist deswegen ganz, ganz wichtig, weil ihr kriegt massiv Erfahrungspunkte. Und deswegen ist es auch nochmal wichtig, ihr startet auf normal. Startet auf jeden Fall auf normal. Schwierigkeitsgrad, normale reicht vollkommen aus. Denn die Erfahrungspunkte bekommt ihr nicht, momentan aktuell nicht davon, dass die Mobs euch fett krass Erfahrungspunkte geben. Ja, sie geben mehr auf höheren Schwierigkeitsgraden. Sie sind aber auch schwerer zu töten und kosten immens Zeit. Die meisten Erfahrungspunkte, die ihr mitnehmt, kommt davon, dass ihr einfach die neue Main-Quest, die neue Haupt-Quest spielt. Und wir haben endlich mal wieder eine neue. Also warum die auslassen? Denn die bringt massiv Erfahrungspunkte. Und wenn ihr halt auf normal spielt, könnt ihr euch da einfach durchmoschen. Könnt auf dem Gaul sitzen bleiben, von A nach B nach Z reiten. Paarmal klicky-klacky an den NPCs machen. Und sozusagen dann die Quest mit nach Hause nehmen. Und damit habt ihr einen riesen, riesen Batzen an Erfahrungspunkten. Das ist das eine Gute. Das nächste Gute ist, dass ihr automatisch geführt werdet zu eurer Söldner-Quest. Denn einen Söldner an der Hand zu haben, wenn man Solo spielt, ist auf alle Fälle praktisch. Die sind nicht mehr so stark, wie sie mal waren. Aber sie sind stark. Sie sind auf alle Fälle eine Ergänzung für euch. Und gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden, wenn ihr es trotzdem macht, sind sie eine massive Ergänzung. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad kommt es nicht so drauf an. Aber es ist schön, auf alle Fälle den Mercenary dabei zu haben. Und der begibt euch dann auch nochmal Quest, um die weiteren Söldner freizuschalten. Und das solltet ihr auf alle Fälle tun, sodass ihr da schon mal komplett vorbereitet seid. Das sind sowieso Dinge, die man machen muss. Genauso wie ihr mit Level 15 oder je nachdem, welche Klasse ihr spielt, natürlich dann auch dann denken müsst, eure Klassen-Quests zu machen. Was ja auch nochmal Erfahrungspunkte bringt. So, das nächste, was wir sowieso machen müssen, wo wir nicht dran vorbeikommen, sind natürlich in der neuen Welt definitiv die Festungen, die Strongholds. In der alten Welt auch. Aber in der neuen müssen wir sie machen. In der neuen sind sie neu designt, kosten relativ viel Zeit, aber pro Festung gibt es auf alle Fälle fest 1,25 Level. Ohne jetzt Monster zu killen, nur für das Einnehmen der Rüstung 1,25 Level mal 3 sind schon 4 Level, die ihr da im Sack habt. Und ihr braucht es ja obendrauf auch für euren Ruf. Ihr braucht den Ruf wieder bei unserer neuen Fraktion für eine Handtuch, für das neue Gebiet besser gesagt. Und deswegen sind die Festungen auf alle Fälle bei euch auf der Liste und keine Zeitverschwendung. Das ebenso wichtig für euch zu wissen im Fortschritt, dass ihr die Festung praktisch direkt, sage ich mal, würdig die anhängen an die Kampagne. Sobald ihr die neue Kampagne durchgespielt habt, macht ihr die Festung, um da natürlich die Sachen freizuschalten. Jetzt kommt es darauf an, auf welchem Level ihr ganz genau angekommen seid. Viele werden bereits auf Level 60 sein. Also auch das schon mal bewusst. Wie gesagt, es gibt massiv Erfahrungspunkte durch die Kampagne. Es kann sehr gut möglich sein, dass ihr 60 seid bereits jetzt an dieser Stelle. Denkt auf alle Fälle auch daran, bei dem Ryan Walker relativ lange Zeit aufwendig, wenn man jetzt unter 60 ist. Ihr bekommt Eupale für Erfahrungspunkte Bonus. Ihr könnt natürlich Tränke craften für Erfahrungspunkte Bonus. Das ist eine Sache, die man eigentlich automatisch immer macht, dass man die mitnimmt. Aber so viel killen wir gar nicht. Wie gesagt, die meiste Erfahrungspunkte sammeln wir dadurch, dass wir Quests abschließen. So, wenn dann die 60 noch aussteht, dann würde ich an dieser Stelle erst einmal in die Hellheit gehen. Die Hellheit weiterhin ein wunderbarer Ort zum Leveln. Wenn ihr keine Erweiterung habt, dann wird viel Zeit von 1 bis 60 von euch in der Hellheit verbracht werden. Alle anderen mit Erweiterung, für die ist ja das Video hier, machen dann dort nur die letzten Level. Dann natürlich noch ein paar Nightmare Dungeons mit reinschmeißen für die wichtigen Aspekte für euren Charakter. Also je nachdem, was ihr spielt, gibt es ja immer wieder die legendären Aspekte, die wir auf dem Charakter für eine vernünftige Skillung brauchen. Und die holt ihr euch. Habt dann also nochmal Nightmare Dungeons auf der Liste. Und hier auch ganz wichtig für euch, es gibt jetzt neu in den Nightmare Dungeons wieder von, ich kann mich von Diablo 1 dran erinnern, da gab es immer diese Brunnen, wo man dann einen Buff bekommen hat für Erfahrungspunkte. Und die sind zurück, es gibt sie wieder. Und dort bekommt ihr für eine Stunde 15% Erfahrungsboost. Gibt es in Nightmare Dungeons. Die Dinge, soweit bekannt bisher, nur in Nightmare Dungeons. Und wenn ihr das macht, um, wie gesagt, eure legendären Aspekte zu holen, dann ruhig mal so einen Schluck aus dem Brunnen nehmen und 60 Minuten voll EP mitnehmen und währenddessen dann richtig loslegen. Und so seid ihr wirklich ratzfatz Level 60, ratzfatz Level 60. Nur dadurch, dass ihr das Spiel gespielt habt, was es euch sowieso bietet. Da braucht ihr gar nicht irgendwie was Besonderes zu beachten. Die meisten Dinge davon sind wirklich einfach selbstverständlich, wenn man eine neue Kampagne spielt. Nächstes Mal wird das was anderes sein. Nächstes Season werden wir uns da anders drüber unterhalten, weil man da dann wirklich auswählen wird. Skippe die Kampagne. Und das Ganze wieder anders macht. Aber jetzt hier mit neuem DLC gemeinsam auf alle Fälle Kampagne ist euer Levelding. Und das nächste Ziel, was ihr dann natürlich auf der Liste habt, ist, ja, Qual 1 zu erreichen. Qual 1, damit ihr praktisch sozusagen allen Content innerhalb von Diablo freigeschaltet habt. Das macht ihr, wie bekannt, mit der Pit. Das bedeutet, sobald ihr Level 60 seid, solltet ihr normalerweise dann auch schon, nachdem ihr auch ein paar Nightmare Dungeons gemacht habt, solltet ihr komplett 750er Quip haben. Dann geht ihr zum Schmied, zum Alchemisten, zum Okkultisten und Co. Und passt eure Ausrüstung schon mal an. Passt schon mal eure Ausrüstung an. Ihr wisst, Härten, habe ich schon ein paar Mal ein Video gemacht, ist wahnsinnig mächtig, wenn man die richtigen Rezepte zur Hand hat. Haut Lebenspunkte drauf. Haut Lebenspunkte auf euer Equip drauf. Dann macht die Pit. Macht die Pit bis Stufe 20. In der Zeit solltet ihr dann genug wirklich beisammen haben, um euer 750er Equip auf einem relativ vernünftigen Level zu haben. Und dann könnt ihr direkt rüberspringen nach Qual 1. Das wird ein hartes Aufwachen auf Qual 1, kann ich euch vorweg sagen. Aber wenn ihr wirklich eure Ausrüstung ein wenig wirklich geminmaxt habt, wirklich vernünftig auf die Werte achtet, wirklich massiv auf Leben gegangen seid, dann wird der Einstieg in Qual 1 nicht das Ende für euch sein, sondern der Beginn eurer Reise zum Supercharakter, der dann auch irgendwann vielleicht T4 machen kann. Aber auf alle Fälle, durch das Grinden habt ihr auch noch eine Menge Paragon-Punkte mitgenommen. Also durch das Grinden in der Pit, die Paragon-Punkte sorgen auch dafür, mit den legendären Knoten, die auf den neuen Tafeln drauf sind, dass ihr viel, viel mächtiger seid und in Qual 1 noch besser bestehen könnt. Ihr seid also am besten vorbereitet für Qual 1. Und in einem weiteren Video schauen wir uns an, wie es auf Qual 1 weitergeht. Das waren meine Level-Tipps für euch. Ganz quick, easy und dirty, wirklich mit spiel die Kampagne. Mehr ist es eigentlich wirklich gar nicht. Nimm die Festung. Auch das ist eine Sache, die eigentlich relativ selbsterklärend ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß nachher. Ich sage bis dahin so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Also, ciao, mach ich euch ja, colour. Untertitelung des ZDF, 2020